Das ist ein Hinterhalt! Vergnichter! Feindlicher Angriff! Auf meinen Befehl! Auf die Tür habe ich jetzt gerade schon geplündert. Oh, das Juvenum und Flamma. Ja, okay. Das ist ein Entdärmer. Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Das liegt doch! Ja, Level ab. Den Slot haben wir noch nicht. Schade. So, drum. So, die drei und die zwei. Gut. So, und der Dermot, der hat... Die Rune befehl! Wie praktisch. So, jetzt lasst du uns mal gucken. Wir haben hier doch so ein zweihändiges... Genau. ...gekriegt. Probieren wir das doch einfach mal aus. Wir können ja jederzeit wieder zu unserem Nachtfang zurück wechseln. Nee, ich bleib bei dem Kettenhemd. Nee, ich bleib bei dem Kettenhemd. So eine dunkle Nederhose wäre wahrscheinlich praktischer. Mit mehr Rüstungsklasse. Die Windschleimbeindlinge wären sogar noch praktischer. Ja, den Helm könnten wir auch mal austauschen. Wobei, die Intelligenz brauchen wir jetzt nicht so dringend. Gut. Und ja, den Priester tausche ich jetzt noch nicht aus. Folgt mir. Habe ich jetzt noch nicht so nötig. Sofort. Vorwärts. Zur Ehre Aonius. Schlagt sie zurück! Versucht's nur! Folgt mir! Für die Rune! Haltet durch, Männer! Versucht's nur! Sofort! Lieber diese Giftkreische erst zu töten. Und los! Für die Rune! Und dann den Schreier und die ganzen Gobbos hier. Geht so in der Warn! Zeitlicher Angriff! Das ist ein Hinterhalt! Schlagt sie zurück! Alles klar. Sie sind überall! Du ziehst dich mal zurück und zauberst mal. Schließt die Reihen! Vorwärts, Krieger! Gut, Weißall macht es toll. Bereit. Mir nach. So, mal kurz unsere Eiselfen heilen. Bei denen wir spawnen jetzt wirklich nicht mehr. Da müssen wir jetzt gucken, dass wir... ...sparsam sind. Das sage ich jetzt einfach mal. Die Hose befehlt! Vorwärts, Krieger! Kämpft, Männer! Roden, Krieger zu mir! Schlagt sie zurück! Zu euren Diensten! Mir nach! Mir nach! So, dann gucken wir mal, ob hier an dem Ding vielleicht ein paar Gegner, wie es geboren ist. Oh, Aura der Heilung. Lapislaz. Ach, das war hier schon die Trolle. Okay. Oh. Die Trolle verlassen ihr... ...Könöle. Ihr Lager. Gut, reißen wir das Ding ein. Die Goblins, die geben eh nicht zu viel Erfahrung. Sofort. Und los! So. Schnell! Da, da breiten wir uns jetzt hier durch die durch. Die Rune ruft. Schließ die Reihen! Sie sind überall! Was aufs, die Rune? Zur Ehre, Arnius! Geht so in Gefahr! Verstärkt die Deckung! Auf mein Zeichen! Schließ die Reihen! Nehmen wir erstmal gucken, dass wir die hier wieder loswerden. Mir nach! Und los! In die Schlacht! Kommt hier! Und los! So. Vorwärts! Die Gräber hier lasse ich jetzt mal stehen. Vorwärts! Töte nur die Gegner, die da rumwuseln. Vernicht doch! Halte durch, Männer! Halte durch, Männer! Das bereust du! Dann halten, Männer! Verstärkt die Deckung! Okay, das war Vorsicht, Gegner! Sie sind überall! Zeitlicher Angriff! Rohnenkrieger zu mir! Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Die Rohnen auf dem Weg! Sofort! Zur Ehre, Aronius! Für die Freiheit! Schließ die Reihen! Halte durch, Männer! Okay, ja, die Unterunen hier wie Spawn mit der Zeit wieder. Halte durch, Männer! Das ist doch ein paar Stärke, oder? Verstärkt die Deckung! Halte durch, Männer! Sie sind überall! Folgt mir! Äh, nein, ihr greift da nicht an. Kommt! Hier, sofort! Und los! Lassen wir die Wahrheit ruhig stehen! Mir nach! Bereit! Und los! Vorwärts! Zur Ehre, Aronius! Mir nach! Für die Rune! Feindlicher Angriff! Genau, solche können da ruhig gerne mit mir spawnen. Verstärkt die Deckung! Vorwärts! Bereit! Was? Alles klar! Vorwärts, Krieger! Stehe bereit! Alles klar! Sie sind überall! Schickt sie zum Seelenfluss! Bereit! Und los! Feindlicher Angriff! Aufräumt die... Ja, die... Halte durch, Männer! Oh, meh! Oh, ne! Möde Idee! Verstärkt die Deckung! Oh, Drachensee von hier aus! Ja! In die Schlacht! Verstärkt die Deckung! Auf meinen Befehl! Die Rune ruft! Schließt die Reihen! Schlagt sie zurück! Zu euren Diensten! Sie sind überall! Bereit! Folgt mir! Vorwärts! Kämpft, Männer! Da kommen jetzt wieder solche komischen Köpfe! Die Rune wird sofort ausgefüllt! Halte durch, Männer! Hier! Mir nach! Für die Freiheit! Auf mein Kommando! Und los! Zur Ehre Aronius! Auf mein Zeichen! Zu Angriff! Schließt die Reihen! Auf meinen Befehl! Schnell! Also wenn wir die Gräber stehen lassen... Sie sind überall! Können wir hier ein bisschen was an Erfahrungsmöglichen jetzt sammeln? Vielleicht noch so ein halbes Level? Oder ein Viertel-Level? Verstärkt die Deckung! Hier! Zu euren Diensten! Hier! Mir nach! Bereit! Folgt mir! Vorwärts! Zur Ehre Aronius! Halte durch, Männer! Hier! Schnell! Für die Freiheit! Schließt die Reihen! Folgt mir! Vorwärts! Ja, ich versuche es jetzt zu... Ich sollte eigentlich versuchen, für das Let's Base zu vermeiden, viel Power-Gaming zu machen. Für die Freiheit! Aber ich möchte halt nicht zu viel am Schluss machen, weil... Schließt die Reihen! Ich kann mich noch gut daran erinnern, deswegen habe ich es auch bei Order of Dawn gemacht, dass wir... Dass ich am Schluss halt... Mir über ein Level gefehlt hat. Für den Import. Bereit! Und los! Auf meinen Befehl! Die Rune ruft... Zur Ehre Aronius! Ja, vorwärts! Zur Ehre Aronius! Oh, die sind wieder in mir. Ich bin hier! Ab dafür! Ah, schnick-schnack! Oh. Munch. Okay. Wir haben Munch entdeckt, inklusive... Hier. Und los! Mir nach! Kämpft, Männer! Rohnenpläger zu mir! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! So, danke. Verstärkt die Deckung! Schau, schau! 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 Schau!